Ich glaube, das machen wir morgen, oder? Meine Lampe wird gerade schwächer oder ist ausgegangen. Oh, komm, wir gehen schlafen. Ich beschwere mich bei Ihnen als Vermieter. Das ist nicht meine Wohnung. Ich bin hier nur zwischengelandet. Das ist nur mein Zwischenlager. Oh, das gibt's. Oh, ja. Trinken. Essen. Jetzt könnte ich theoretisch gleich wieder trinken. Aber wir haben kein Wasser. Eins vor zwei, ja. So, wir brauchen nochmal Feuer. Ja. So. Machen wir erstmal Wasser. Machen wir anderthalb, weil wir müssen ja auch noch ein bisschen was mitnehmen. So, gern. So, andere Fleisch springen wir mal runter. So, das da rein. Aber unterwegs, das Fleisch in der Tasche haben, ist keine gute Idee. So, das ist ja auch noch ein bisschen was mitnehmen. Und hier noch irgendwie... ... 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 ab dafür brennt mir mein fleisch das wäre ja so das war uns noch mal rein da trinken wir noch mal oh was war das ich wäre das müde stimmt wir haben geschlafen während wir überlastet waren erholen wir uns ja nicht ok dann haben wir jetzt ein Problem das wird dann mal gucken wie spät ist das schaffen wir es bis zum Turm da ist das Versteck ok ich glaube das könnte Problem werden da sind sind das hat worden wir sind in den Mühlen Shit. Oh, 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 oh. Können wir mal gucken. Bei den Klamotten. Wie sorgt hier immer mal aus? Mal gucken mal. Was wir davon gebrauchen können, was nicht. Die könnten wir gleich noch aufessen. Ja, ich weiß, wir sind schwer. So, jetzt gehen wir mal nach oben gucken. Da waren irgendwie auch noch Sachen in der Kiste. Da. So. Und lass mal gucken. Also. 1,9. 1,0. Äh. Was? Tana müde dam dam da. Wie? Tana müde dam dam da. Achso, mein Charakter ist müde. Ja. Ja. Deswegen mach ich jetzt auch nur noch die Klamotten. Und. Äh. Geh dann nach dem Schlafen frisch weiter. So. Äh. Ne. Ne. Der ist halt nicht. So. Würde ich mal reparieren. Ich glaube nämlich, dass der wärmer ist. Der Parker. 2,5. 2,0. Ja. 2,5. Ja. kommen ich sehe irgendwann aus so und damit sich hier Prozent Toni Querox vielen lieben Dank euch beiden die Zander zu sagen das war doch abgekatert oder na wie geht's euch was habt ihr schönes gemacht ich hoffe ihr hört mich schon immer im Doppelpack unterwegs hi na Toni wie ist es geht's euch beiden gut ihr habt gesehen der Halloween Stress geht im Laden los ne Sunkenland Ferox Hallöchen ah habe ich auch schon angespielt wo es wo ich es bekommen hatte und wie findest du es oder wie findet ihr es Bad machst du für Toni auch super hat so ein bisschen was von Stranded Deep oder so der erste Eindruck mit auf der Insel kommen erstmal alles aufbauen dann die erste Nacht wo die Zombies kommen und die die Basis zerschlagen weil du nicht checkst dass es Zombies sind die haben mir ernst beim ersten Besuch haben sie mir das Lager zerschlagen du Rust bin ich ganz kritisch Rust meine Erst meine Rust Erfahrung ist ich spawne und werde gehedshottet ich spawne wieder und werde wieder gehedshottet und das immer und immer wieder und nach 10 Minuten bin ich wieder ausgelockt das war meine Rust Erfahrung und danach hatte ich keinen Bock mehr und hab gesagt wenn dann spielen wir Süßens auf dem privaten also ich geh nie wieder auf den öffentlichen ja komm wenn du als neuer Spieler das erste Mal diese Welt betrittst ne und wirst direkt vorm Strand vorm Strand schon hingerichtet ich hab noch nicht mal den Boden berührt also da hast du dann auch keinen Bock mehr zu spielen oder deswegen bevorzuge ich auch Survival Games wo ich mit meinen Leuten spielen kann habt ihr Suns auch schon mal angetestet wir machen ja gerade Pause bis zur nächsten Staffel aber ich wünsche euch noch einen schönen Abend denn morgen wieder arbeiten Querox ich danke dir schlaf schön und komm gut in die neue Woche und lass dich von der Frau nicht so ärgern alles klar Toy schlaf schön schlaf dir gut die beiden komm gut in die Woche danke nochmal vielen Dank für dein Followering jetzt ab ins Bett los so all right ähm wo war ich ich war meine Sachen am fertig machen so was ist denn jetzt besser die hier oder die seine Jacke minus 4 ich glaube die hier ist sogar besser ne 2 2 wobei die die ist auch schwerer die ist leichter ich glaube wir lassen komm wir machen die weg weg mit der Jacke und alle anderen Dankeschön dass ihr hier seid nehmt Platz ich spiele heute abends The Long Dark ich bin in Episode 2 und äh bin gerade auf dem Zwischenlager gucke gerade die Klamotten durch die ich habe und schaue ob da was bei ist was mich mehr schützt und so repariert das ein oder andere um zu gucken und äh mach mich nach der Nacht dann weiter auf um halt den Pelzhändler zu retten äh das oh jetzt habe ich den Reparier ne komm weg damit also man muss ja die Sachen reparieren damit du siehst ob die wirklich was sind aber wobei wir hätten es da hinpacken können ne äh was ist das Flösslinge die Rennfahrer schon die Rennfahrer schon können weg die werden wir ja wohl nie brauchen das sind die wir haben ja die die da ne ja komm wir behalten noch die wir behalten die hier so äh wir die auch nochmal zerlegen wie war denn dein Streambed und danke nochmal hast du ein paar Länder erobert oder die ist auch ziemlich platt ne das ist noch seine Hose oder abgenutzte Cargo ich glaube die ist besser wie seine du kannst im Dunkeln nicht reparieren oh na gut dann gehen wir schlafen schlafen erstmal vier Stunden oh ich hätte trinken sollen nein wir verdursten jetzt im Schlaf nicht ganz war nix live ach du warst da ja nicht ich dachte du warst nochmal live hast du denn noch ein bisschen aufgenommen war Essen wie war denn euer Essen erzähl jetzt finde ich das Bett nicht wieder hallo Bett da war der Ofen da ist das Bett ja komm wir mal nochmal zwei Stunden was wollt ihr denn essen Sushi oder was habt ihr gemacht so jetzt ist ja wieder hell jetzt darf ich doch bestimmt weiter arbeiten oder ja äh und mich ärgern dass ich meinen Urlaub nicht so bekommen habe wie ich es wollte ja das ist echt ärgerlich wer hätte es nicht da so 1 zu 0 oh ja oh ja Auktion ja 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 anziehen so und die machen wir platt ja ist zwar leichter aber Burger und Eis oh was gab es denn für ein Eis erzähl ne die ist ja kaputt das ist die angezogen ja ne dann tun wir die mal reparieren und die Mama hatte Schnitzel oh nein wir haben Sturm hörst du das ja das macht natürlich jetzt Laune rauszugehen oh nee scheiße äh die haben wir angezogen die können wir zerlegen Bananas äh split 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 ja nicht slip split scheiße so wir müssen mal eben Wasser kochen oh ja kann ich anmachen habe ich noch Holz wir haben keinen Zunder mehr nee verband Zunderli ne müssen wir mal unten gucken nee nee ach doch war das doch war Zeitung ach da sind die Zunderli's äh falsch und ich wollte die Bücher mitnehmen oh das ist doch kacke jetzt ist der Sturm wobei Wasser können wir auch unten kochen da brauchen wir ja nur die einzelne Platte für ähm wir nehmen mal den Fisch raus um 8 Uhr eine Stunde um oha Umzugshilfe Na komm komm jawoll das ist natürlich jetzt ärgerlich mit dem mit dem mit dem mit dem mit dem Sturm da draußen so was haben wir eingepackt ne wir haben noch ja dann haben wir hier essen hat richtig viel gemacht gebracht warte mal Garen lass uns das nochmal erhitzen ich würde sagen wir trinken den Kaffee und dann gehen wir los ich weiß es ist scheiß Wetter aber wir wollen ja noch bis zum Turm oben so haben wir hier wir haben Essen wir haben Trinken Axt haben wir Messer haben wir haben ja allen möglichen Kram da ne ja komm oh die Stoffe können wir mal wegpacken die brauchen wir wahrscheinlich jetzt nicht zwei Dosen brauchen wir auch nicht Leder brauchen wir nicht Negan brauchen wir nicht das brauchen wir nicht Wettstein das machen wir mal eben so so und go es ist Sturm es ist egal wir gehen jetzt los oder nein gehen wir nicht scheiße ach man können wir warten Bett glaube ich warten jo das klingt gut so das ist ein das ist so wir nehmen frische Sachen also hier das Fleisch nehmen wir nicht mit aber das Mieb Crap würde ich gerne mitnehmen. Oder hier. Tomatensuppe. So. So, Schmerzmittel, Antibiotika, Verbände, haben wir alles da. Gut, dann los. Auf zum Turm. Ich will zum Turm hoch. Jo. So. Knarrenamt. Und wir werden jetzt da hin. Wir haben zwar da hinten noch ein Versteck. Obwohl, ne, das ist glaube ich auch doch da oben zum Turm wollen wir. Da hinten sind kaputte Züge. Ich muss halt gucken, wie kommen wir da hin? Irgendwo muss ja der Vater hin sein. Na gut. Oh. Ein Gleisterzug. Hier ist nix. Ach, wir können ja nicht. Wir können ja nicht springen. Nein, ich mache schon wieder Wölfe. Oh, oh, oh. Auf welche Entfernung, die mich riechen, ne? Na guck mal, da kommt er gleich wieder. Ne, jetzt rennt er weg. Ich dachte, der kommt direkt wieder angeschissen. Also, wir müssen... Wie kommen wir denn da hoch? Oh, alter, Tana. Hast du auch schon mal besser gemacht? Naja, wer ist jetzt am Ende verscheucht. Ich gehe mal gucken, ob wir hier hochkommen. Ich gehe mal gucken, ob wir hier hochkommen. Oh, alter, Tana. Hm. Oh, das sind auch Hütten. Okay. Aber wir wollen ja eigentlich zu dem Turm. Ah, Holzfällerlager. Ah, Holzfällerlager. Ah, Holzfällerlager. Okay, wir essen. Also hier haben wir auf jeden Fall sehr viel Holz. Gipfelbrowser, Holzfällerlager. Also für Essen und Trinken ist gesorgt. Und Klamotten reparieren könnten wir auch. Ach, alter Schlafsack. Nee, 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 geht's nicht. Ja gut. So zwei hier nix. Ja gut. Nummer eins. Ich bin ja mal damit am Rechnen, dass hier irgendwo mal einer ist, wisst ihr? Weißt du, dass du die Tür aufmachst und auf einmal steht da jemand. Das ist noch eine Laterne. Das ist noch eine Laterne. Das ist ein Parker. eine Tomatensuppe. Oh, das war's. Ah, Essen ist halt da, ne? So, mal gucken. Nee, ist keiner. Die können wir auch nie aufmachen. Schlüssel zum Wohnwagen im Holzfällerlager. Aha. Also brauchen wir noch mehr Schlüssel. Ich glaube, wir können hier hinten rum, um da hochzukommen. Ich glaube, da liegt was. Da ist der Turm. Da ist der Turm. Da ist der Turm. Oh, bitte, nee. Nicht schon wieder. Da geht's hoch, oder? Das sieht auf jeden Fall so aus. Bis es da hoch geht. 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 bis es hier rum geht. So. Ich haber keine Ahnung, warum ich die jetzt alle verfehle. Sonst hat das immer so gut geklappt, jetzt verfehle ich die alle. Der ist tot. Da oben will ich rauf, wo ist denn die Leiter dafür? Vor allem, wo ist jetzt der Wolf? Das ist aber viel zu lang. Das lasse ich jetzt aber liegen. Wie komme ich da hoch? Hä? Ist das hier ein Pfad? Ne, sieht nicht so aus. Ne. Ja. Hmm. Ne, ich laufe ja gerade von dem Ding weg. Hä? Ja, Orientierung habe ich, ne, habe ich drauf. Das Ding muss ja dann da drauf, ne, da drauf sein. Aber wie kommst du da hoch? Ach, da ist, seht ihr, da ist der Zaun. Da ist der Weg. Vorsicht, Hanna, Vorsicht, ganz vorsichtig. Oh, woran habe ich mir denn jetzt das Handgelenk verstaucht? Idiot. Ah, Schmerzen, gut. Wir brauchen Schmerzmittel. Nee, wir brauchen ja das. Wir brauchen Schmerzmittel. Schmerzmittel. Ja, ja. Und wir sind natürlich maßlos überladen. So. Ich würde aber auch sagen, wenn wir da oben innehalten können, machen wir da auch Feierabend. Wir haben jetzt eine Uhr und ich bin ja um 10 Uhr schon wieder da für euch. Oh, oh. Alles sehr vertrauenswürdig hier. Der Förster-Aussichtsturm. Wie hoch ist denn das Ding, bitte? Liegt da jemand drin? Es fühlt sich, dass die Nacht kommt. Ah. Hi. Hallo. Jemand hier? Nicht? Hier ist auf jeden Fall Essen. Eine unordentlich gezeichnete Karte zu einem Vorratsversteck. Der Text ist kaum lesbar. Falls die Nachricht für eine Person bestimmt war, hatte sie sicher Probleme, sie zu entziffern. Zum Glück erkennst du einige Orientierungspunkte und einen dicken Pfeil, der auf ein großes X zeigt. Okay. Map wurde. Rätselsee. Oh, das ist das abgehölzte Gebiet. Ah, okay. Naja, und das ist ja hier Hauptstory, ne? So. Genau, wir haben zwei Vorratsverstecker. Uh. Noch mehr Holz. Munition. Oh, ja. Wetzstein. Okay. Hier ist es. Schlüssel zu Hanks. Schließfassette. Wer ist Hank? Achso, ich dachte, ich könnte das auch noch. Aber so Schubladen oder so an sich haben wir nicht, ne? Brauchen wir wieder einen Schlüssel. So. Aber das Gute ist, wir haben einen Ofen hier. So. So, wir probieren mal unser Glück. Na, 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 na. Jawoll. So, jetzt haben wir ja, wir haben ja Holz gefunden. Holzbriketz. So. Oh, ja. Äh, warte mal, haben wir einen Kochtopf mit? Ne, haben wir nicht mitgenommen. Hat der hier einen Kochtopf stehen? Ne, ne? Ne, eine Dose. Ne, ne. Ja, dann. Jetzt haben wir wieder so viel Fleisch. Aber wir müssen was trinken. So. Und wir haben beginnende Nacht. Aber hier ist Gott sei Dank nicht ganz so dunkel drin. Dann machen wir uns jetzt noch die Suppe und eins der Steaks. Wir haben ja noch eine Suppe, wobei die könnten wir auch, glaube ich, eher mit nach Hause nehmen. So, das machen wir mal rein damit. Äh. Haben wir ein kleines Stück Fleisch? Nee, haben wir nicht. Rein damit. Oh, das füllt ordentlich, ne? Das füllt ordentlich. So. Warte mal. So, wir machen jetzt noch das Fleisch und das Wasser und dann gehen wir schlafen. Und dann machen wir Feierabend. Ich habe auch schon lange den Spielstand nicht mehr gespeichert, ne? Also, das automatische Speichern kam. Aber. Das heben wir uns dann aber auf für nach dem Aufstehen. Ich muss etwas drücken. Ja, wir müssen gleich noch was ablegen, damit er nicht so schwer ist zum Schlafen. So, einmal trinken. So, wir hatten doch hier, hatte der nicht unser Bett, irgendwie eine Kiste? Ah, nee, da konnten wir ja nicht dran. Aber war hier nicht noch irgendwie noch die Kiste? Ah, wo, wo ich was reinlagern konnte. Nee, der nicht. Weiß was, dann lagern wir hier was rein. Was geht denn da rein? Fünf Kilo. Ja, das ist nicht viel. Aber wir können das Fleisch mal da reinlegen. Damit wir nicht überladen schlafen gehen. Ah, es ist früh. Das ist immer zwei Stunden. So, jetzt wird es langsam hell. So, ich würde aber sagen... Spiele speichern. Spiele speichern. Neuer Spielstand. EP2. Zu viel Fleisch. Zu viel Fleisch. Zu viel Fleisch. So. Annehmen. Tee.